Herzlich Willkommen zu unserem Schreinertag 2024 bei der Firma REC in Sigmaringen. Guten Morgen zusammen. Es freut mich, dass so viele Besucher hier sind, nach Sigmaringen angereist. Ich bin richtig stolz darauf, dass wir, glaube ich, die Teilung fast über 700 Anmeldungen haben. Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch auch alle recht herzlich hier zum Schreinertag 2024 begrüßen. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.